Technische Beschreibung. Drosselklappenstellungssensor Schalter B Stromkreis niedriger Eingang. Was bedeutet das? Dieser Diagnosefehler-Code DTC ist ein generischer Antriebsstrang-Code, der für Fahrzeuge mit OBDI-Ausstattung gilt. Obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Ein P0222-Code bedeutet, dass der Computer des Fahrzeugs erkannt hat, dass der TPS-Drosselklappenstellungssensor eine zu niedrige Spannung meldet. Bei einigen Fahrzeugen liegt diese Untergrenze bei 0,17 bis 0,20 Volt V. Das B bezieht sich auf eine bestimmte Schaltung, einen bestimmten Sensor oder einen bestimmten Bereich einer bestimmten Schaltung. Haben Sie es bei der Installation angepasst? Wenn der Signalwert kleiner als 0,17 V ist, setzt das PCM diesen Code. Könnte eine Unterbrechung oder ein Kurzschluss nach Masse im Signalstromkreis sein. Oder Sie haben die 5-Volt-Referenzspannung verloren. Symptome. Symptome können sein, rauer oder niedriger Leerlauf abwürgen Surging keine geringe Beschleunigung. Andere Symptome können ebenfalls vorhanden sein. Ursachen. Ein Code P0222 kann bedeuten, dass eines oder mehrere der folgenden Ereignisse aufgetreten sind. TPS nicht sicher montiert TPS Kurzschluss nach Masse oder einem anderen Kabel fehlerhaftes TPS-beschädigter Computer PCM mögliche Lösungen. Einige empfohlene Schritte zur Fehlerbehebung und Reparatur sind. Überprüfen Sie den Drosselklappenstellungssensor TPS, den Kabelstecker und die Verkabelung sorgfältig auf Unterbrechungen und so weiter. Reparieren oder ersetzen Sie sie nach Bedarf. Überprüfen Sie die Spannung am TPS. Spezifische Informationen finden Sie in einem Servicehandbuch für Ihr Fahrzeug. Wenn die Spannung zu niedrig ist, deutet dies auf ein Problem hin. Bei Bedarf ersetzen. Wenn das TPS kürzlich ausgetauscht wurde, muss es möglicherweise angepasst werden. Bei einigen Fahrzeugen ist in den Installationsanweisungen eine ordnungsgemäße Ausrichtung oder Einstellung des TPS erforderlich. Einzelheiten finden Sie in einem Reparaturhandbuch. Wenn überhaupt keine Symptome auftreten, tritt das Problem möglicherweise zeitweise auf, und das Löschen des Codes kann das Problem vorübergehend beheben. Wenn dies der Fall ist, sollten Sie auf jeden Fall die Verkabelung überprüfen, um sicherzustellen, dass sie an nichts, an der Erdung und so weiter reibt. Der Code kann zurückkommen.